Das heutige Video wird nochmal extra unterstützt von den Kanalmitgliedern Marvin Miltkau, Movie Lou, Jackie Strange, Special Freak, Der Film Flow, Stanleys Filmzimmer, Jürgen B., Ronny Kaiser und Movie Riese. Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Leute ihr wisst Bescheid, like, share and subscribe und in diesem Sinne beginnen wir wieder die Auswahl. Der Blu-ray Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche bei Pritz Media. Das meiste haben wir ja schon ausgiebig besprochen in den Vorbestellertipps, deswegen gehe ich da etwas flotter drüber. Soll ja, wie schon mehrfach erwähnt, einfach nur ein Reminder sein, was denn diese Woche alles erscheint, damit man das Ganze auch wieder auf dem Bildschirm hat. Jo, beginnen wir bei Pritz Media und zwar mit einem Ike Media exklusive Mediapunk von Headshot Nr. 3. Aber wie alles, was zuletzt von Nebnis herausgebracht wurde, war das ruckzuck ausverkauft. Limitiert war zum Beispiel KVB auf 333 Exemplare. Voraussichtlich verfügbar ab dem 14.05. 13.05. ist was? Genau, Vatertag war das der Pass. Der Mai ist immer geil, auch wenn der Heuschnupfen einen plagt. Aber gut, es gibt immer was zu feiern und wer sich da eins ergattern konnte, der hat bestimmt auch gefeiert. Genauso wie bei Headshot Nr. 4, Victor Crowley. Ist ja eine sehr unterhaltsame Reihe, jenseits von Gut und Böse und jeder Logik. Aber macht definitiv Spaß. Handgemachte, tolles Blättereffekte und rabenschwarzer Humor, wie das sein muss. Und auch der vierte Teil war ruckzuck ausverkauft. Auch das war hier limitiert auf 333 Exemplare. Und auch hier gab es wieder drei verschiedene Cover-Varianten. Dann gehen wir mit der ganz seltsamen Mediapokreihe hier mal wieder ganz schnell drüber. Das hat man auch ausgiebig in dem Vorbesteller Tipps. Und zwar Alien Predators. Limitiert auf 111 Exemplare. Ab dem 11. Mai schon etwas vorgezogen. Genauso verhält es sich mit Cover-Variante Nr. B. Es gibt kein Entrinnen. Das Grauen aus dem All. Normalerweise sind die Cover-Varianten so ein bisschen das Grauen. Aber es gibt auch durchaus ein paar sehr ansprechende Cover. Und deswegen mag ich die Reihe und bespreche die auch immer ganz gern. Dann haben wir Amityville noch hier. Amityville, meine Fresse, Teil Nr. 4, 5, 6 und 7. Vier Disc Mediapoker limitiert auf 199 Exemplare. Deswegen ist das Ganze hier dann auch ein bisschen teurer. Machen wir weiter mit der Leichenwagen. Limitiert auf 55 Exemplare. Das ist mal schon wieder so eins aus der Schublade. Das Grauen aus der Tiefe. Und weiter geht es dann noch mit die Todes-Party. Limitiert auf 111 Exemplare. Da gab es ja bereits schon ein paar Mediabooks. Wird hier nochmal in Form dieser oder im Zuge dieser Reihe neu aufgelegt. 111 Exemplare. 34, 87. Und zu guter Letzt Versackling. Das sieht auch irgendwie total doof aus. Aber wir schielen hier volle Kanne. Aber gut, seine Attacken sind tödlich. Ebenfalls limitiert auf 111 Exemplare ab dem 11. Mai. Gut, weiter geht es mit einem Kochfilms-exklusiven Mediabook. Zumindest in dieser Cover-Variante. Und zwar Alamo mit John Wayne. Hier geht es um die Schlacht um Alamo oder von Alamo. Hat ein bisschen was von 300. Ja, hier haben so um die knappe 200 Texaner gegen ein paar Mexikaner oder so an die 7000 Stück den Aufstand geprobt sozusagen und sich tagelang durchgekämpft. Ja, coole Geschichte. John Wayne, wie wir hier lesen konnten, fungierte nicht nur als Regisseur, sondern auch als Produzent. Und passend dazu gibt es dann noch bei Amazon ein exklusives Mediabook. Zumindest in der Cover-Variante, das wie folgt aussehen wird. Bukaru Banzai. Was ein bekloppter Name und genauso bekloppt sieht auch das Cover aus. Den hatte ich ja zuletzt in der Emery in der Hand gehabt beim Real. Und da haben viele von euch gemeint, boah, wie kann man den Film nicht kennen. Ich weiß, hier spielen voll die Stars mit. Wahrscheinlich habe ich ihn schon irgendwann mal gesehen. Aber hängen geblieben ist nichts, außer der Manuel auf der Love Parade 1998. Nein, Spaß. Aber absoluter Kultstreifen. Wie ich in den Kommentaren rauslesen konnte. Ich kann mich an den Film absolut nicht erinnern. Sieht mega trashig aus. Und von dem Film erscheint jetzt hier in Zusammenarbeit mit Kochfilms eine VHS-Retro-Edition. Aber nicht nur davon, sondern auch von Deep Star 6. Alles Amazon exklusiv. Alles ab dem 12. Mai, also vorm Feiertag. Genauso noch der Gigant. Und ebenso noch der Silent Rage. Eben, was stand hier unten? Das stumme Ungeheuer. Yo, Roundhouse Kick per Excellence von Chuck Norris. Das gibt es dann hier auch für 24,99 Euro. Und zu guter Letzt noch The Punisher in der Retro-VHS-Edition. Blu-Ray plus Bonus DVD Limited Collectors Edition. Ebenfalls Amazon exklusiv. Dann machen wir weiter mit ein paar großen Hardboxen. Ein Teufelskerl haben wir hier limitiert auf 50 Exemplare. Dann haben wir Geheimcode Wildgänse. Ebenfalls limitiert auf 50 Exemplare. Dann haben wir Mud. Kein Ausweg mit Matthew McConaughey. Ebenfalls limitiert auf 50 Exemplare. Hier steht zwar erscheint am 13. Mai, aber da ist Feiertag. Da wird auch gefeiert. Wenn auch alleine oder online. Nein, es ist wurscht, wer das Biest in dir. Haben wir ebenfalls da noch im Zuge dieser Hardboxen-Reihe. Genauso passend dazu noch Wolfkopp. Jo, ebenfalls limitiert auf 50 Exemplare. 30,93. Link zum Bestellen unten in der Videobeschreibung. Genauso wie von einem Schlitzohr außer Rand und Band. Hier gab es drei verschiedene Cover-Varianten. Ich habe mal exemplarisch Cover-Variante. Nr. A. rausgesucht. Ja, das ist ja hier die Violenza Alitaliana. Blauer Edition Nr. 4. Und passend dazu gibt es dann noch die blaue Edition Nr. 6. Formel 1 und heiße Mädchen. Thomas Millian. Tjo, ähm, limitiert auf 250 Exemplare ab dem 14. Mai, 35, 84. Weiter geht es mit Edge of Sanity. Wird herausgebracht von Wicked Vision. Gibt es natürlich auch noch im hauseigenen Shop. Hier exemplarisch mal einfach mal bei Amazon geblieben. Und das ist ja so eine Mischung aus Dr. Jekyll und Mr. Halt und auch noch ein bisschen aus Jack the Ripper. Wir haben hier Anthony Perkins, bekannt aus Psycho eben. Und ja, der wird hier neu aufgelegt im Mediabook von Wicked Vision. Genauso wie Graf Zaroff, wo er eben gerne auf Menschen jagt geht. Genie des Bösen haben wir hier draufstehen. Auch das gibt es selbstverständlich im Wicked Vision Mediashop auch zu haben. Und zu guter Letzt aus dieser Reihe dann noch Scream and Scream Again. Die lebenden Leichen des Dr. Mabuse. Ebenfalls exemplarisch hier Cover-Variante A ausgewählt. Limitiert auf 333 Exemplare. Da müssen wir ein bisschen schneller machen, weil es da ein paar Nippel gibt. Und ihr wisst ja, wie YouTube darauf reagiert. wird Inferno erscheint dann ebenfalls im Mediabook angekündigt. Eigentlich für den 14.05.2021 mit Jean-Claude Van Damme. Ich habe das mal bei Amazon gesucht. Und wie man das sieht, ist es aber aktuell schon verfügbar. Ihr seht es, ich nehme das Video hier gerade am 5.05. auf, am Mittwoch. Und wenn ich mir das heute bestellen würde, könnte ich es schon am Freitag oder Samstag haben. Hier gibt es noch diverse Cover-Varianten für 29,99 Euro. Also wer da Interesse hat, der guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr dann die ganze Auflistung. Wir machen weiter mit Lux Eterna. Limited Mediabook Cover-Variante A. So sieht die hier aus. Und dann haben wir auch noch eine zweite Cover-Variante von Gaspar Noe, der zu unter anderem auch den Climax gemacht hat. Das soll ja ebenfalls wieder so ein psychedelischer Trip hier sein, wo es darum geht, dass zwei Mädels eben einen Film drehen wollen über die Hexenverbrennung. Und dann am Set kommt es zu Hexenverbrennungen plötzlich. Also, kranke, kacke, wie man das gewohnt ist, sozusagen. Cosmic Synth, den haben wir auch schon besprochen in dem Vorbesteller-Tipps. Bruce Willis und Frank Grillo, ja, den man zuletzt hier im Boss-Level gesehen hat. Cooler Schauspieler. Hier geht es um einen Science-Fiction-Thriller-Action-Film in ferner Zukunft, wo es eine Alien-Invasion gibt, die die Menschheit irgendwie befallen können und auch den Körper befallen können und Besitz ergreifen können. Man wehrt sich natürlich dagegen in Form hier dann von diversen Waffen und was weiß ich was alles. Guckt euch mal den Trailer an. Den gibt es dann auch direkt hier bei Amazon Video. Eben, wenn man das Ganze hier mal anklickt auf der Seite. Wir haben es schon. Sechs-Sterne-Bewertungen, die nichts Gutes verheißen lassen. Jedoch sollte sich jeder wie immer selber eine Meinung bilden. Hier haben wir Furchtbar, der tiefe Fall einer Ikone, Kosmik Blöd, Schläffatio, Grottenschlecht und dann hier Fünf-Sterne-Bewertung, Bruce is back. Also es ist wieder alles dabei und das macht die Filme doch so spannend oder etwa nicht. Weiter geht es dann mit The Rental Tod im Strandhaus. Hier gibt es zwei Pärchen, die in einem Ferienhaus ein nettes Wochenende verbringen möchten. Dann kommt es aber schon gleich zu Beginn zum Streit mit dem Vermieter und in der weiteren Nacht gibt es dann ein paar mysteriöse Fälle. Klingt ganz spannend und könnte ein solider Thriller werden. Weiter geht es dann mit The Swordsman. Hier geht es eben um einen Schwertkämpfer. Ein Historiendrama, sowas mag ich ja immer, wenn das Ganze so opulent aufgeblasen ist und mit ein paar geilen Choreografien, vielleicht noch in Slow Motion. Das Ganze verspricht zumindest so der Trailer. Wird herausgebracht von Cape Light Pictures. Gibt es dann natürlich auch im Cape Light Pictures eigenen Shop. Genauso wie The United States vs. Billie Holiday. Das war ja eine berühmte Jazz-Sängerin und da gab es ja jede Menge Stress Ende der 30er Jahre, 1930er Jahre im Zuge von Rassismus. Und hier erscheint dann die Blu-ray ab dem 14. Mai. Und eine 4K wird es dann geben von Mortuary. Hier hatte ich euch ja bereits das Mediabook präsentiert, außerdem eine Review dazu verfasst. Jetzt kann man sich den Film dann auch in 4K besorgen, wenn man denn keinen Bock hat auf das Mediabook und was der Film taugt und alles kann. Erfahrt ihr selbstverständlich in meiner Kritik und die ist ebenfalls unten verlinkt in der Videobeschreibung. Das soll es dann mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus. Bis zum nächsten Mal.